So, ich spreche über Grenzwerte und zwar haben wir hier ein bisschen Platz machen. Wir haben hier eine Funktion. Und zwar diese Funktion ist gegeben und damit man den Grenzwert anschauen kann, tut man das in einen Bruch umwandeln. Dazu muss man dieses 1 durch x durch ein x hoch minus 1 ersetzen und kann dann dieses minus 1 nach vorne schmeißen. Dann hat man dieses hier, lnx mal minus 1. Jetzt kann man sich das als ein Bruch denken mit Einzelzeller mal Zeller, Nenner mal Nenner und dann ist man hier. Und hier lassen sich jetzt zwei Grenzwerte betrachten, nämlich der Grenzwert von dieser Funktion gegen unendlich und gegen 0. Das ist typisch. Wenn ich eine e-Funktion habe, y ist e hoch x, dann sind die Grenzen des Definitionsbereichs üblicherweise x gegen plus unendlich und x gegen minus unendlich, weil ich ja bei e alles einsetzen darf. Und bei einer ln-Funktion, die ln-Funktion, die schaut so aus, da schaue ich immer plus unendlich an und hier geht es eben gegen 0. Außer ich habe natürlich sowas wie ln von x plus 7. Also dann ist x plus 7 gleich 0. Die Grenze, also x plus 7 gleich 0, das heißt x gleich minus 7. Hier würde ich jetzt machen, limes x gegen minus 7. In diesem speziellen Fall. Also die Grenzen des Definitionsbereichs, das e-Funktion normalerweise plus minus unendlich und für ln, dadurch, dass die verschachtelt sind, kann es ja immer verschieden sein, aber für ln meistens eines unendlich und einsetzen. So, jetzt. Jetzt gibt es den Trick. Der Trick, und den macht man im Schmierblatt, weil der Trick, den darf man eigentlich gar nicht machen, man, bei plus, ich bin jetzt ja bei plus unendlich, ja, ich schaue halt einmal, was ist bei f von 100 typisch in den Taschenrechner ein. Also an der Stelle 100 eingeben, an der Stelle 100 eingeben und dann kommt raus minus 1,8 mal 10 minus 3. 10 minus 3 ist ein Tausendstel. Naja, das wird wahrscheinlich gegen 0 laufen. Also der Trick zeigt mir schon, in welche Richtung ich argumentieren muss, es ist aber kein Beweis. Also wenn f von 100 ungefähr 0 ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, sehr, sehr hoch, dass das auch der Grenzwert ist. Aber es könnte ja sein, dass f von 1000 plötzlich ganz woanders ist. Also der passiert zwar in Schulmathematik so gut wie nie, ja, aber könnte ja sein, deswegen ist der Trick, hilft als Begründung, gibt keine Punkte in der Prüfung. So, und jetzt schaue ich mir Zähler und Nenner an. Es wird riesig. Also, wenn das riesig wird, der Ellen will gegen plus unendlich. X Quadrat, Million Quadrat ist auch plus unendlich. Jetzt habe ich, der Zähler will gegen plus unendlich, der Nenner will gegen plus unendlich, der Ellen verliert. Ja, und deswegen, und so eine 1 durch Unendlich-Geschichte ist immer 0. Und jetzt das minus 4 heißt, das ist noch negativ, aber 0 minus. Also jetzt, ich kann jetzt hier hinschreiben, das ist 0. Als Begründung, Ellen langsamer, so, Ellen läuft langsamer gegen unendlich als ich. Parabel verliert immer Satz, den wir ja aufgeschrieben haben, fertig. Nächstes. Gegen 0. Ähm, wenn der Nenner gegen 0 geht, also so 1 durch x mit x gegen 0, dann wird das groß. Das wird unendlich. Ja, also 1 durch 0,1 ist ja 10, 1 durch 0,0, 100 und so weiter. Das heißt, der blaue Teil will, dass es groß wird. Ellen will, ja, wenn ich jetzt vom Ellen hier, hier gegen 0 läuft, also der will, der sorgt dafür, dass der ganze Bruch, ja, also wird gegen unendlich. Der Ellen sorgt dafür, dass es gegen minus unendlich läuft. Der Bruch will, dass es gegen plus unendlich läuft, aber minus mal plus ist minus und dann haben wir noch dieses minus. Und deswegen geht der ganze Bruch gegen plus unendlich. Also wir haben hier zwei getrennte Sachen. Wir schauen uns, läuft es gegen große Zahlen vom Betrag her und welches Vorzeichen haben wir. Das Vorzeichen ist jetzt klar, weil der Ellen will ein Minus und wir haben das grüne Minus von einem Minus. Also deswegen gibt es hier plus. Und bei den Zahlen arbeiten die jetzt nicht gegeneinander, ja. 1 durch x² geht gegen unendlich und Ellen x geht gegen minus unendlich. Das und so kann man das auch ein bisschen was hinschreiben, je nachdem, wenn gefragt ist, begründen wir es ein bisschen was begründen.